Hallöchen, 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 Herzlich Willkommen zurück zu Unravel. Wir revelen uns jetzt zum nächsten Foto, denke ich mal. Ich weiß gar nicht, wie viel Level es hier geben wird. Es werden bestimmt noch einige sein, obwohl die ja schon relativ lang sind. Also ich brauche da ja fast eine Stunde für immer. Äh, eine Dreiviertelstunde, so das Meer haben wir. Dann gehen wir zum Bärenmoor. Und schauen mal, was uns da erwarten wird. Außer Bären im Moor. Ich bin immer wieder geflasht von der Grafik, ey. Das ist so schön. Achso, warte mal, da kann ich... Da kann ich also was festmachen. Machen wir das hier doch auch mal. Äh, hallo? Festmachen, sagte ich. Nee, das macht aber keinen Sinn, dass wir da was festmachen. Dann machen wir das auch nicht. Da oben... Wie kommen wir denn da oben ran? Vielleicht ja von hier hinten. Ah, ah, komm nicht ran. Ich dachte gerade, ich komm nicht ran, aber ich kam... Ja, doch, ran. Na, jetzt kommen wir nicht mehr ran. Wie die Pilze wackeln, ist ja süß. Können wir uns da hoch schwingen eigentlich? Ah, da war jetzt... Ich hab gar nicht nach unten gedrückt. Ah ja, guck mal, da kommen wir so nach oben. Aber warum war jetzt auch keiner? Na, gehen wir einfach mal weiter. Hui. Gibt's da irgendwo so ein Secret oder so, was mir aber nur so mittelwichtig ist. Da haben wir Garn. Ich bin... Und da ist eine Libelle! Eine Libelle! Äh... Da komm ich da rüber. Go, go, go! Ah, okay. Wir müssen wahrscheinlich, äh... Eher hier so gerade runter und dann hier... Genau so. Na, komm hoch da. Wah! Geh drauf! Ah! Fällt der wieder runter. Können wir eine kleine Bootsfahrt machen? Eine kleine Bootsfahrt. Äh, komm hoch! Und jetzt drauf... Und draufbleiben, bitte. Äh... But how? Achso, ah, okay. Ich verstehe. Obwohl ich immer noch nicht glaube, dass wir dann da... rankommen werden. Ah, das läuft auch wieder aus. Ah! Schnell, zieh dich hoch. Amp, komm hoch! So... Ich District. So... Das war's für heute. Und ich den den damit verbinde. Ah! Dann läuft es natürlich die ganze Zeit. Okay, wir müssen das erstmal wieder ablösen da. So, dann holen wir uns den Stock gleich wieder zurück. Sobald das Wasser weg ist. Oh, nein, 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 der springt ja zu weit. Ah, ja, Ani. Wenn wir den jetzt hier wieder lösen, müssen wir eigentlich weiterfahren, oder? Ha, 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 ha. I did it. I did it. Kann ich den schieben? Muss ich das Ding mitnehmen? Okay, mitnehmen kann ich's schon mal. Na? Wenn ich jetzt dahinter gehe? Nein, 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 nein Hilft uns was denn? Ah ja, es hilft uns, Tatsache! Wuhu! Fuck. Aber irgendwo Garn verschwendet. Wir könnten da so ein bisschen was aufsammeln hier. Aber mehr auch nicht. Ja, es hat gereicht! Nice! Puh, okay. Okay, hier können wir... Hier können wir was festmachen. Ich wüsste aber noch nicht, warum. Das werden wir bestimmt gleich rausfinden. Oder auch nicht. Vielleicht war das wieder für so ein Secret. Was war das? Da ist irgendwas langgeruscht. Auf den Stein da! Auf den Stein! Oh Gott! Mehr Garn! Wuhu! Äh! 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 Fuck! Da oben ist ein Knopf. Jetzt habe ich ihn gesehen, jetzt hole ich ihn mir auch. Wenn ich so ein Ding sehe, dann hole ich mir das auch. Kann ich hier so ein Stein schieben eigentlich? Oder ziehen vielleicht? Nein. Ah! Guck mal einer an! Können wir uns wieder ein kleines Bötchen bauen hier. Und da war das erste Teil von dem Bild oder so. I, da sind Bienen. I, Mücken, Mückenbienen. Ah, ich brauche mein... Ich brauche mein Dings. Ich brauche dich. Moskitoos! Nein, nein, nein. Nicht ertrinken, bitte. So, mehr Garn. Da brauche ich das Ding, Mann. Es werden immer mehr. Kann ich abschießen hier? Ganz wenigstens kurz verscheuchen. Zieh! Geht weg! Ihr blöden... Ah! Gott. Nein, nein, nein. Hoch, 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 hoch. Nein, das hat nicht gereicht. Fuck, 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 fuck. Bitte nicht so weit zurückwerfen. Bitte nicht so weit zurückwerfen. Okay, das ist gut. Äh, wie komme ich an das Garn? Wenn ich hier... Und hier... Okay, ich muss es andersrum machen. Kann ich hier nicht ein bisschen was einholen noch? Okay, nicht mehr so viel. Nein, nein, eigentlich nicht da dran hängen. Sondern da dran hängen. Oh mein Gott, das war knapp. Okay, super. Okay, warte, ich kann da was dran machen. Ah, das ist eine Wippe. Okay. Das ist eine Wippe. Warte mal, wenn ich jetzt hier ein bisschen... Na, ein bisschen schwinge. Nein! Ah, ich hab vergessen, das da hinten festzumachen. Verdammt. So, wir müssen es erstmal... ...hier festmachen. Dann da festmachen. Kommen wir da nicht hoch? Da kommen wir aber hoch. Und dann da dran. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Äh... Äh, wat? Äh, äh, äh... Äh, äh. Äh. Äh, äh. 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 Ja, hier komme ich hin. Ach, warte, ich kann natürlich hier das festmachen und hier festmachen. Ah, ich vergesse wieder mal die einfachsten Sachen hier. Ah, kann ich es da hinten da hinten dann wieder rausholen. Okay, verstehe. Na komm, wenn der Knopf gerade so in Reichweite ist, dann holen wir uns den auch. So, jetzt kommen wir da rüber. Und noch mal einen Sprung nicht. Da oben kann ich klettern. Da komme ich nicht vorbei. Hier kann ich... Warum sollte ich denn hier was festmachen wollen? Vor allen Dingen habe ich gar keinen Garn mehr. So, hierfür vielleicht, ne? Ja! Hat er es mitgenommen? Oh Gott, er hat es mitgenommen. Er hat es mitgenommen. Yes! Wow! Geht weg! Fährt das auch los? Ah, geht weg, ihr blöden Viecher! Geht weg, ihr blöden Viecher! Fuck! Bitte, bitte aber nach dem Ding. Bitte aber nach dem Ding. Ja! Um Gottes Willen. Ich kann da nicht richtig springen. Jetzt aber. Nice! Und Garn. Sehr gut. Uh, das war knapp. Ja, da oben ist Garn. Geht weg! Na komm! Wo komme ich da vielleicht dran? Ne, das ist doch viel zu hoch, oder? Nein, 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 komm raus da! Nein! Diese blöden Mücken sind doch todnervig. Äh, ich! Äh, er sterbt! Komm raus! Raus! Und dann kriegst du den Stein? Nee, nicht so, ne? Kriegst du das Ding? Auch nicht. Ich kann da was dran machen. Ah, hier ist alles so sumpfig, mohrig. Hilfe. Blöden Viecher. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Mann! Nervt das, ey. Wie komm ich denn da oben dran? Warum habe ich hier was, wo ich was dran knoten kann? Das verstehe ich nicht. Ah, guck mal. Ah. Komm, noch ein Stück. Ich den jetzt hier hinten hinlege. Und dann, wenn ich da drüber kommen würde, den jetzt hier hinten hinlege. Macht das auch überhaupt gar keinen Unterschied. Hä? Mann, das nervt. Ich muss mal die Folge beenden. Ich versuche ja immer ein Level pro Folge, aber irgendwie, äh, die Dateien werden zu groß. Also die Rohdateien. Ich danke viel fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude. Ich werde es wieder ein bisschen geschnitten haben, weil es jetzt über eine halbe Stunde lang war, mein Versuch hier. Ich werde es ein bisschen geschnitten haben. Bis zum nächsten Mal bei Unravel. Macht's gut. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. 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 T imag 3 Jews. Vielen Dank.